Und keiner weiß, wer ich wirklich bin. Wenn ihr rausfinden wollt, wer wirklich ist, dann braucht ihr ganz klar die Blu-ray mit dem Film. Die könnt ihr auch gewinnen und zwar, indem ihr uns ein Mail mit dem Kennwort WhoAmI an GewinnnetFilmCheck.at schickt. Die erste Mail mit dem richtigen Kennwort gewinnt. Für alle, die etwas mehr Zeit haben, ist hier noch unsere Sneak Preview. Viel Spaß!